Ah, 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 oh je, Mini, abdi, 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 nein, nicht, hallo, Schwester, war ich das etwa? Viel Spaß! Oh, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Heute reagiert Santiago wieder auf Memes. Memes Teil 3. Hast du ein Migrationshintergrund? Nein, es ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen, also am, ach Mann, was ist heute mein Deutsch? Tja, was wollte sie uns eigentlich damit sagen? Ich habe nichts verstanden. Bulle, Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Oh, ho, ho, ho! Rauf, hör! Oh, weia. Legt mir am Arsch, geh raus hier! Jauche fahren ist Männersache. Da lässt er sich nicht helfen, auch nicht von Hildegard. Hey, oh, scheiße da! Hey, scheiße, legt mir raus! Früher ging das immer ruckzuck, aber mit 72 ein Kraftakt. Ja, 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 Tiere sind auch nur Menschen und in der Landwirtschaft ist das Arbeiten nicht im Einzug erschrecken. Okay, ja, kurz und knackig. Danny nimmt die Verfolgung auf. Junge Frau, nicht so schnell, ihr Mentos! Ja, das kann passieren, in der Eile. Ganz schnell ist mal was vergessen. Können Sie sich auch aufschlag den Rab? Ja, ha. Gucken Sie das gerne? Nee. Warum nicht? Arbeit. Arbeit? Ja, ha. Ja, aber wenn Sie da mal mitmachen würden, könnten Sie ja momentan 2 Millionen Euro gewinnen. Ja? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Manche Gäste, darunter viele Flüchtlinge, können so gut wie gar nicht schwimmen. Auch diesen indischen Studenten fällt es schwer, den Kopf über Wasser zu halten. Dem Rettungsschwimmer ist das nicht geheuer. Er greift ein. Sie sollen im Nichtschwimmerbereich bleiben. Während der Welle sind fast zwei, drei Stück davon runtergegangen. Viele Nationalitäten, viele Sprachen. Das macht die Verständigung nicht leicht. Eben wird er gerade runtergegangen, beinahe, oder? Ja, ja. Wie war das? Ja, das ist ja schon. Ja, ja, das ist natürlich ein zunehmendes Problem. Leichtsinn. Meine Chicken Nuggets verbrillen! Guten Morgen! Kör war das. Aus Berlin, herzlichen Dank. Neben finanzieller Unterstützung geht es in diesen Corona-Zeiten auch... Ja, ja, so sind die Nachrichten. Wenn es live gesendet wird, kann passieren. Können Sie mir erklären, was ein Schaltjahr ist? Ja, sicher, klar. Was denn? Ein Tag mehr im Februar. Genau. Tag, ja. Schön, wie Sie das wissen. Ja, nun. Und warum aber ist das so? Ja, warum ist das so? Alle vier Jahre. Warum? Ja, 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 ja. Hintergrundwissen. Weil die Erde sich um die Sonne dreht. Biele, 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 Biele. Ruf sie mal. Hallo, habt ihr Hunger? Ha, Biele, 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 Biele. Musst du rufen. Biele, 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 Biele. Na, ruf sie richtig laut. Musst richtig laut. Biele, Biele, Biele. Vielleicht haben die Tiere den Dialekt nicht verstanden. Es ist der Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Oh, weia. Also zu der Party gehe ich nicht. Da ist der Fahrer. Ja, auch Fahrradfahren kann gefährlich sein. Wir haben mich von meinem zwölfjährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Da ist er. Super. Och, Gott schön. Also mein Mitleid hält sich in Grenzen. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven. Und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Oh, weia. Oh, weia. Ja, no risk, no fun. Beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Das ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Ja, ein Klassiker inzwischen. Aber toll. Ich glaube, das war's. Dankeschön. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Ja. Yoo-hoo!